Batsch, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist der wunderwunderbare Liebe Brocks. Was geht, Digga? Was geht ab, Freunde? Okay, das sind nicht deine Freunde, das sind meine Zuschauer, Brocks. Das sind meine Freunde alle. Okay, alles klar. Leute, es ist wieder an der Zeit. Fortnite Grind ist wieder da. Wir hatten jetzt die Wochenende und die Woche davor. Und eine Menge Festivals und auch so cool. Deshalb ein bisschen inaktiver gewesen. Aber ich bin jetzt wieder back am Start und hab mir ein paar Sachen angeguckt, Leute, die wir unbedingt jetzt ausprobieren wollen. Und zwar habe ich irgendwo random einen Clip gesehen, Leute. Dass es die Möglichkeit gibt, wenn zwei dieser wunderbaren Golf-Cards mit dem Dach aufeinander landen, dass man über die komplette Map geboostet wird und damit noch richtig sicker Tricks in der Luft machen kann. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt aus. Wenn das nicht funktioniert, haben wir noch das eine oder andere Ding im Petto, meine Freunde. Und ich würde sagen, auf geht's jetzt erstmal mit einem knackigen Duo mit dem lieben Herrn Brocks. Oh ja, oh ja, oh ja. So, Brocksy, Digga, wie sieht's bei dir aus? Neue Season, bist du hyped oder nicht? Macht's dir noch Spaß? Ich bin, ich muss sagen, mir macht's jetzt wieder mehr Spaß, ganz ehrlich. Ja, tatsächlich. Also, zum Ende Season 4 wurde so ein bisschen so, es wird Zeit, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wollen wir... Lazy Links sind überall Cards, oder? Ja. Lass Lazy Links machen, Digga. Rasieren da ganz kurz durch, Alter. Erstes Game wieder seit sechs Tagen für mich. Das sollte auf jeden Fall super laufen, Digga. Da bist du auf jeden Fall schon mal richtig schlecht. Ich bin sowas von eingespielt, Digga. Gib mir in die Jagd, welche Knowscopes hier alle weg. So, lass mal raus hier. Sehr schön, ja. Dann gibt's ja noch eine ganz kleine Theorie zu diesem seltsamen Ding, was ihr gerade links gesehen habt. Das hat Thomas gerade nochmal vergrößert. Unter Loot Lake, unter dem See, ist auch etwas drunter, meine Freunde. Ich hab dazu ein ganz geiles Video noch vorbereitet. Das wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen. Da kann nämlich etwas richtig, richtig krasses hinterstecken. Das ist ein Shopping-Card, lauf, baby. Wir brauchen keinen Shopping-Card, wir brauchen einen Shopping-Card. Er ist hinter uns, pass auf. Spring. Da ist er, an der rechten Seite. Brox, steig ein. Steig ein, loch. Ich komme, ich komme. Ey. Steig ein, schnell. Los. Okay, wir fahren da vorne zu dem Haus und holen uns die Waffe erstmal, okay? So, und jetzt können wir damit... Oh, ne Graue, Alter. Jetzt können wir damit schon attacken. Da vor uns, vor uns, vor uns ist direkt einer. Lass den mal abholen. Ist down? Ey, das ist so total. Beide down, beide down, beide down. Digga, okay, nice. Das haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut hier geklärt. Man sieht, Leute, man kann so kacke landen, wie man will. Mit ein bisschen Glück geht das immer noch klar. Okay, pass mal. Oh, Digga. Oh Gott, ich bin so low. Ich bin so low. Vor mir direkt, vor mir, Digga. Achtung, er hat Kumpel-Granaten. Pass auf. Er ist super low, er ist super low, er ist super low. Oh, er hat noch einen Kumpel. Ich muss auch gleich auf Pump gehen. Einer knocked, einer knocked von den beiden. Ja, der eine ist dahinten. Der Bär ist dahinten. Ich hab noch einen Schuss, ich hab voll mitgeklärt. Ich hab seinen Mate gefinisht, er hat mich auch, er hat mich auch. Schaffst du, schaffst du, Digga, schaffst du. Gib ihm böse, Brox, gib ihm böse. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, komm schon, Digga, du schaffst du, schaffst du. Ein F-16er-Hit. Brox! Hol ihn dir, Brox! Oh my God, ja! Alter, okay, ziemlich gar schnell hoch, Digga. Uff, Bruder, belastend, Alter. Das ist auch mein letzter Spurs, Alter. Hier liegt noch ein anderes Shopping-Card, Leute. Wir können direkt mal ausprobieren, ob das jetzt funktioniert. Denn, wie gesagt, ich habe gesehen, dass wenn man quasi mit dem Ding nach unten rotiert, boostet es einen über die komplette Map. Man kann sogar so ein paar Backflips und sowas in der Luft machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt genügend Zeit, das mal auszuprobieren. Hier vorne ist ein Spieler, hier vorne ist ein Spieler bei mir. Zwei Leute bei mir, zwei Leute bei mir. Hallo, ich stehe ihn da, ich komme. Okay, beide sind schon mal low. Okay, und die fallen. Haben wir die Luft geholt und jetzt kommt der andere da hinten. Oh, nice, Digga. Haben wir beide Cards hier? Äh, ja, also ich hab eins gerade hier. Okay, warte, ich hol das andere mal ganz kurz und dann versuchen wir das mal. So, ich würde sagen, auf geht's, Digga. Aber schau mal, wenn ich euch jetzt mal hier zeige, wie man hier fährt, passt mal auf. Okay. Lol, lol, was? Bin ich auf dir gelandet? Ja, ich hab doch einen Helm auf, Alter. Ah, passiert gar nichts, Digga, passiert gar nichts. Okay. Oh, da fliegt er. Hä? Ich glaube, sie müssen an Dach landen, Digga. So, wenn ich jetzt, glaube ich, hier, ich falle direkt hier runter, also quasi da. Oh, nein. Ach, Evi. Oh, hier kommt Bäche. Ja. Das ist direkt vor mir, ah! Ich bin der... Äh, gib mir One Palm. Die M****n Geburten, Alter. Lass mal Snobby gehen. Snobby raus und auf. Ab geht's. Kommst du mit deinem Card zu mir? Also, ich hab keins. Der kommt zu mir, der kommt zu mir. Es sind zwei Stück hier. Sag jetzt nicht, dass der Spasti da vorne ausgenommen hat. Nein, Digga, komm, Alter. Ach, Mann, du dummer Affe. So, fahr mal mit dem Card einfach irgendwo Richtung Zone, vielleicht finden wir unterwegs noch eins. Warte, ich hab ne Boogie-Bomb. Wir können einen raustrollen. Okay. Lass ihn in die Zone fahren, Digga. Jo. Ist oben auf dem Berg nicht vielleicht ein Card? Äh, weiß er noch nicht. Weiß er nicht. Oder ist er noch schon ein Card? Weil, ich glaube... Hä? Um weiter aufzufahren. Aber man kann nicht Card und fahren, was? Ne, kann man nicht. Ich glaube, in Tilted waren nur welche. Ja, aber da werden jetzt schon alle weg sein, Digga. Ach, Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich hasse diese Leute. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo welche sind. Ne. Gut, ich würde sagen, dann holen wir trotzdem jetzt erstmal schnell hin und dann schauen wir weiter, okay? Ja. Fahr mal, fahr mal da rüber. Ey! Ey! Fahr da rüber. Ja, okay, klar. Stark, oder? Ja, macht voll Spaß. Pff, oh Gott. Bruder, was machst du? Ey! Ich bin rausgefallen. Oh! Oh mein Gott! Nein! Das Card! Hä? Ich bin gebaut worden. Das Card! Wie habe ich das gerade überlebt? Das Card. Wie habe ich das gerade überlebt, Digga? Hast du gesehen, von wo ich runtergefallen bin? Ja! Nein! Oh nein, jetzt ist der noch... Mann, verpiss dich, Alter! Fahr einfach nicht, fahr einfach nicht. Der soll sterben. War ich auch nicht, war ich auch nicht. Steige auf! Verpiss dich, Junge! Mann, du Opfer! Lass den bitte irgendwo umbringen. Ja, ich wollte auch ganz sagen, lass den irgendwie runterschmeißen. Guck dir das an, Digga, was der macht. Achso, der hat da einen Trank hingelegt. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Achso. Direkt rot rein, direkt rot rein. Komm, auf geht's, Digga. Was machst du? Ich will das nicht, das ist er. Aber was baut der da? Ja! Ich bin ja relativ ungünstig, wessen dem geschehen. Äh... Geht hier ab. Weil mir lecker ist auch gar nicht. Mann, die stehlen die ganze Zeit meine Kills, Alter! Ich hasse unsere Team, ey! Oh, macht der Spaß! Oh, Junge, ist das ein Autistenverein hier. Ey, Digga, ist das euer Ernst, Mann? Ey, das hat richtig Spaß! Ey, ich bin noch nie so sehr von einem Spielmodus genervt gewesen. Guck dir an, was für Idioten hier stehen. Guckt ihn euch an! Junge, deine Eltern sind Geschwister, Alter! Was ist das mit dir? Nein, das ist meiner! Nein! Ja! Ja! Ja, Digga! Den Win haben wir auf jeden Fall schon mal ohne Facecam. War zwar ein 50-50 Win mit 4 und 6 Kills, war jetzt nicht so stark. Aber immerhin haben wir das jetzt schon mal hinter uns. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hin und machen diesen ganzen Kram, diesen Bouncen. Erst im Playground-Modus, weil das jetzt so zu probieren in Runden, Digga, ihr wisst selber, wie unglaublich schön es ist. Das ist nervig! Das Video soll auch irgendwann diese Woche online kommen. Deshalb haben Brock und ich uns gerade überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir einen richtig fetten Looping mit dem Ding bauen und damit fahren? Wir gucken mal, ob das funktioniert, die Leute sagen, da können wir auch... Sind wir wieder an 50 gegen 50? Ich hasse mein Leben, Alter! Lass direkt zwei Karts nehmen und abhauen, Digga! Ja, wir können auch, wir können auch... Fahr los, fahr los, fahr los, scheiße! Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie bauen wir denn am besten ein Looping, Digga? Ja, ich hab schon voll die Idee, pass auf. Ich bin jetzt der Ingenieur. Also ein Looping reicht ja nicht. Ich hab ja auch schon mal Looping für Einkaufswagen gebaut. Guck mal, es müsste ja eigentlich... Nee, nee, ein... Pass auf, pass auf, pass auf! Mach vier rein. Hey Digga, bist du sicher, dass das funktioniert? Ja, aber ich muss schon überlegen. Ich weiß nicht, ob es so von dem Platz reicht. Und dann halt so? Genau. Hey, als ob das wird ja niemals funktionieren, Digga. Das klappt. Wird niemals klappen, Digga. Das klappt. Wird nie im Leben klappen, Digga. Ah, sieht ja irgendwie elegant aus, müssen wir das Haus nachbauen. Ja, sieht halt aus wie ein Looping so, aber... Ganz ehrlich, also... Ich bin da echt skeptisch, Bruder, ob das hinkommt, ne? Na gut, sieht halt aus wie ein fetter Looping, wa? Aber... Ich find das sieht cool aus. Ja, aber meinst du, das klappt, Alter? Nie im Leben schaffen wir es, ein Looping zu fahren, Digga. Ich zeig dir jetzt, was auch? Warte, ich will mit rein. Okay, ich geh hinten drauf. Okay. Du musst halt einmal... Hold Speed, hold Speed. Nie im Leben, Alter. Nie im Leben schaffen wir es hier ein Looping. Klar. Mehrere Umdrehungen würde ich gerade schon machen. Okay, du hast Vollspeed, du hast Vollspeed und go. Okay, ich bin ein bisschen schräg. Wow, lol. Lol. Oh mein Gott, das geht wirklich. Ja, ich war ein bisschen schräg, wenn man halt echt... Alter, lol. Stark, Digga. Stark, Digga, stark, geil. Ja, ja, mit der Ruhe jetzt hier. Und rein, 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 rein. Nein, Digga, der erste war viel besser. Du hast mehr Anlauf, deshalb. Und go, 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 auslösen, auslösen, auslösen. Ja, man muss, glaube ich, später auslösen. Ne, 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 man muss früher. Man muss früher, damit du den Schub von vorne noch bekommst. Also am besten fährst du jetzt in die Zone rein. Egal, wir haben beide 100 Leben, wir haben beide 100 Leben. Ja, schaffen wir es, genau. Auslösen? Ja. Oh. Ja, oh Gott, fast, 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 fast. Nice, nice, nice. Okay, Fahrversuche haben wir noch, Fahrversuche haben wir noch. Go, 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 go. Ja, fast, Digga. Also ich sag, man kann das schaffen. Man muss nur richtig reindriften, auslösen. Okay, und rein, 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 rein. Ja! 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 Was? Alter! Brox, komm her zu mir. Komm her zu mir, lass dich umarmen. Küsst mich. Küsst mich am Boden, Alter, warte. Hier, küsst das. Warte, warte, warte. Bleib stehen. Oh nein, ich will. Oh mein Gott, Leute. Okay, ihr habt es gerade gesehen. Geil. Man kann mit dem Ding wirklich einen gottverdammten Looping fahren. Einfach nur geisteskrank. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt auch hier schon, weil, Leute, der Win war drin. Ja, auch kein krasser, aber es war ja mein, Alter. Der Win war drin. Der Win war drin, Leute. Alles klar. Schaut auf jeden Fall bei den guten Brocks vorbei, wenn ihr wollt, dass wir gemeinsam mehr Videos bringen. Dann smash auf jeden Fall mal einen Like-Button. Lasst dem Boy auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt bei ihm Ravy Army in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Und damit sind wir für heute raus, meine Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Oder natürlich morgen um 18 Uhr bei einem Weihnachten wunderschönen Live-Team. Macht's gut. Haut rein. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.